Die Sonne liess den Pulverschnee glitzern. Die Freerider legten perfekte Spuren hin. Selma machte atemberaubende Aufnahmen. Selma Legrand-Hedlund ist die Reporterin. Selma ist wieder im Einsatz. Die Reporterin ist diesmal im Winterparadies Engelberg-Titlis. Plötzlich war ein dumpfer Ton zu hören. Die Schneemassen begannen sich zu bewegen. Es toste, es rumorte. Es wurde still. Selma vernahm ein Heulen. Sie spitzte die Ohren. Dieser sehnsüchtige Laut. Die Wölfe. Selmas Herz frohlockte. Sie waren da. Und sie waren in Gefahr. Wölfe, Skifahrer, Naturgewalten und das alles hier oben in Engelberg. Und alles zu Weihnachten, dem Fest der Liebe. Findet auch Selma die Liebe? Wölfe, Skifahrer, Naturgewalten und das alles hier oben in Engelberg. Wölfe, Skifahrer, Naturgewalten und das alles hier oben in Engelberg. Also, wenn du jetzt hier oben in Engelberg ruftrufe心 LinkedIn zu schjorieren. Wölfe, Skifahrer, Naturgewalten und das alles hier oben in nove� und natürliche.